Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute ein paar Schmuckstücke, die ich zugeschickt bekommen habe. Netterweise von einer ganz, ganz lieben YouTuberin und zwar von der Fashion Pupa. Einige von euch werden sie bestimmt kennen. Super, super süßes, schweizerisches Mädchen. Und sie hat einen Online-Shop eröffnet. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon zwei, drei Monate her. Und hatte mich damals eingeschrieben und fragt, Mensch Jule, ich habe meinen Online-Shop eröffnet, möchtest du dir nicht eventuell ein paar Sachen aussuchen? Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und was das für Sachen sind, die zeige ich euch auf jeden Fall jetzt. Ganz normal habe ich es bekommen in so einem, wie nennt man das, Luftpostbrief, wie auch immer. Und mit dabei fand ich total süß, nochmal eine persönliche Widmung. Da hatte sie mir reingeschrieben, ob mir die Sachen gefallen. Dass sie nochmal ein paar Extras mit reingelegt hat. Entweder für mich selber oder halt für eine Verlosung. Und dass sie ein blaues Infinity-Armband dazu gelegt hat, was vielleicht meinem Freund gefallen würde. Alleine das finde ich schon super süß, dass sie wirklich so eine persönliche Widmung mit rein macht. Gefiel mir sehr, sehr gut. Und jetzt zu den Schmuckstücken. Also ich hatte mir selber drei Sachen ausgesucht. Und alles andere, als ich die Tüte aufgemacht habe, habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Aber ich habe mich natürlich gefreut und für euch ist es umso schöner. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Ich fange an. Viel Spaß. Ja, das erste, was ich mir selber ausgesucht habe, war eine Hello Kitty. Und zwar fürs Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube, die Dinger sind mittlerweile echt bekannt. Und zwar sind das die Teile, die packt ihr euch da rein, wo normalerweise eure Kopfhörerstecker reinkommen. Uh, das war jetzt nicht so gut. Alles überlebt, alles gut. War ja klar, dass mir wieder was runterfällt. Auf jeden Fall sind die auch in so einem kleinen Steckerchen dran. Und die funkelt und glitzert und hammermäßig. Schön. Ich hatte von meinen Händen eingecremt. Vielleicht liegt es daran sehr gut. Immer im Video. Prima. Auf jeden Fall, mir gefällt sie sehr gut. Ich habe sie, seit ich sie bekommen habe, in meinem Handy. Und es ist nichts kaputt gegangen. Geschweige denn, was ich vermutet hatte, dass sie eventuell sich immer löst und dann rausfällt. Aber, ich klopfe mal auf Holz, bis jetzt, außer dass sie mir gerade im Video zweimal runtergeflogen ist, ist nichts passiert. Ja, das zweite Schmuckstückchen, was ich mir ausgesucht habe, ist diese zauberhafte Statementkette. Die gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Nein, 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 nein. Ui. Nein, 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 nein. Bleibt so. Ist das auch eine Kette oder was? Ja, siehst du? Hast du einen Kühn? So. Darf ich jetzt weitermachen? Oh, Schnucki. Ach, Worn, Juhu. Das ist nicht die Glossybox, Engel. Naja, auf jeden Fall. Das zweite Schmuckstück, was ich mir hier ausgesucht habe, war diese Statementkette, die mir sehr, sehr gut gefiel. Alleine diese ganzen vielen kleinen Details, die da mit drin sind. Und ich hätte aber anfangs gedacht, als ich sie mir ausgesucht habe, dass sie nicht dieses Gewicht hat, was sie jetzt hat. Also sie wiegt jetzt nicht so viel wie ein Buchregal oder wie Roni zum Beispiel. Aber sie hat doch so eine Roni-Line. Vorsichtig, die kleine Schweine. So, guck. Und ja, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde gerade so Statementketten sind sehr, sehr cool kombinierbar. Entweder so casualmäßig oder mega schick oder so sportlich elegant. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und auch die Farbe, finde ich. Das ist ja so meins. Ist natürlich Modeschmuck, aber ein sehr, sehr, sehr schöner Hingucker. Und deswegen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und vor allem, sie jetzt auch endlich mal benutzen zu können. Da wollte ich nämlich noch warten, bis ich sie euch gezeigt habe. Ja, und das dritte Teilchen, was ich mir ausgesucht habe. Huch, jetzt ist das hier vertütet. Och, Roni. I warn you. Das ist doch nur ein Hi, hier. Hey. Nein, nein, nein. Ja, und das dritte Teil, was ich mir ausgesucht habe, sind Ohrringe. Und zwar High Heels. Und das habe ich so auch noch nicht gesehen. Finde ich super, super schön. Aua, Roni, du stehst auf meinem Oberschenkel. Und auch Roni findet sie super. Vor allem, wenn die so auf ihn drüber gehen. So. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und ich finde, so als Frau, sowas... Oh mein Gott, Roni. Sag mal. Nein. Hör mal auf jetzt. Was mir sehr gut gefallen hat, dass hier vorne eine Schutzfolie drauf ist. Die war auch in so einem Tütchen drin. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und ja, so ein High Heel finde ich richtig schön. Entweder wenn man den Einzelnen trägt oder halt beide. Gerade wenn man die Haare vielleicht nur auf einer Seite hat. Finde ich das super schick. Kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch zum Abend, zum Weggehen. Oder aber halt auch alltagstauglich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Na, die findest du klasse, ne? So. Dann kamen nochmal diese Ohrringe hier. Einmal so Totenköpfe mit einem Diamanten. Und einmal in Weiß das Gleiche. Da ist auch so ein Schmuckstein. Schatzilein, lässt du das jetzt mal? Mein lieber Freund. So. So sehen die aus. Und hey. Hör auf. Du machst das kaputt. Auf jeden Fall ist das... Es ist nicht gehekelt. Das hat einen bestimmten Namen. Also es ist wie aus so einem Stoff. Ich kenne den Begriff. Aber ich komme da jetzt... Ronilein, hör mal jetzt bitte auf. Mach mal Sitz. So rückwolliert. Schatzilein, mach mal Sitz. Sitz. Und jetzt warte mal fünf Minuten. Auf jeden Fall gibt es hierfür einen bestimmten Namen. Aus diesem Stoff. Garn, gehäkelt ist es nicht. Wie auch immer. Dieses Straschsteinchen fand ich den Hingucker da haben. Es passt natürlich nicht zu jedem Outfit. Das ist sehr kombinierbar. Aber Totenköpfe sind immer modern oder bleiben es immer noch. Und deswegen fand ich es sehr, sehr süß. Ich habe die hier extra an der Tüte gelassen, weil die kommen jetzt mit zur Verlose. So. Dann waren drin nochmal aus diesem Häkel-Dingsbums. Garn, wie auch immer das hier gemacht ist. Solche... Wie nennt man die? Karos. Auch sehr... Die finde ich zum Beispiel sehr süß verspielt. Die passen dann doch immer schon eher. Also vor allem am besten ist ja, die sind super leicht. Also man merkt nicht. Die kann man wirklich den ganzen Tag tragen, ohne dass das Ohrläppchen nachher drei Meter lang ist. Sehr cool. Und die kamen auch noch in zwei anderen Farben mit. So. Dann hat sie noch eingepackt. Ähm, nochmal so eine Ohrstecke aus Plastik, wie die High Heels, die ich euch eben schon gezeigt habe. Was hier aufgefallen ist, ähm, da ist zum Beispiel keine Klebefolie drum. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Auf jeden Fall sieht das aus wie dieses Chanel-Zeichen. Äh, nur dass da irgendwie so wie Tropfen das so runterläuft. Auch ganz süß gemacht. Dann hat sie reingepackt, ähm, Ohrstecker. Und zwar von Mastisch. Das ist ja so oder so mega, mega, mega modern. Davon habe ich auch schon ein paar. Das ist jetzt bei mir zu Hause. Ähm, nee, hier ist auch kein Aufkleber. Ich wollte gerade sagen, da sind auch Aufkleber, äh, Schutzfolie drauf war, aber nicht. Die sind auf jeden Fall super süß. Natürlich für alle, die Mastisch so gut finden. Also sehr cool. So, und zu guter Letzt hatte sie noch eingepackt in ihrem Päckchen so eine ganz kleine Kätzchen. Das sind auch so eine Steckerchen, die ihr euch ins Handy machen könnt. Davon hatte ich insgesamt drei, aber zwei habe ich verschenkt. Und deswegen ist das jetzt der Rest, den ich noch habe. Und ich verlose an euch jetzt. Ich mache zwei Päckchen drauf. Also zwei Gewinner. Einmal Päckchen eins, die Mastisch-Ohrringe. Dann die Chanel-Highheels. Und einmal die pinken Ohrringe. Und Päckchen zwei. Einmal die mintfarbenen, grünen Ohrringe. Dann diese Chanel-zerlaufenden Ohrringe. Und jetzt fällt mir gerade das Kätzchen runter. Das Stecker-Kätzchen fürs Handy. Und die Totenköpfe mit den, ähm, wie nennt man das? Strachsteinchen, ne? Nun nennen wir das Strachsteinchen. Ja, und wie ihr gewinnen könnt, ist auch überhaupt nicht schwer. Ich schreibe auf jeden Fall alles unten nochmal in die Infobox rein. Also in die Beschreibung. Das könnt ihr doch mal euch ganz in Ruhe durchlesen. Und zwar schreibt ihr, wenn ihr einen Kommentar schreibt, einfach nur so zum Video. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach euer Kommentar. Möchtet ihr aber eins von den beiden gewinnen, dann schreibt ihr entweder Päckchen eins noch dazu. Oder Päckchen zwei, das, was ihr halt lieber haben möchtet. Und dann weiß ich Bescheid, dass ihr dran teilhaben möchtet. Und ich kann jetzt doch mal möchtet sagen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, schreibt rein Päckchen eins oder Päckchen zwei. Und dann halt ganz normal die Kommentare. Und das soll es auch schon gewesen sein. Habe ich irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Nee, ich glaube nicht. Das war schon wieder so ein Chaos-Video. Ich muss mir einfach angewöhnen, echt nicht Videos zu drehen, wenn ich mega doll Hunger habe. Ich bin so unkonzentriert. Ich sitze jetzt schon wieder hier eine gefühlte Stunde. Und, ähm, ja. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. An dich, liebe Fashion Puppa. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Schaut auf Ihren Online-Shop definitiv mal rein. Es sind super süße Sachen dabei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, ähm, Tag. Und, ach so, bis wann ist die Verlosung gültig? Machen wir. Heute ist Mittwoch. Bis Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Bis Sonntagabend um Uhrzeit, weiß ich noch nicht. Ich schreibe euch das auf jeden Fall unten in die Infobox rein. Schaut rein. Und in diesem Sinne sage ich chaotisch, wie immer, Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.